Guten Morgen aus dem Auto. Ich war gerade noch bei Juni, um Ihnen Tschüss zu sagen, da wir vier Tage jetzt in den Urlaub fahren. Und er ist ganz schön nass, also unterm Bauch ist er ein klauschig weiches Pferd, drum drauf sieht er aus wie ein Igel und er wird sich wahrscheinlich ganz schön dreckig machen. Ich bin mal gespannt, wie er in vier Tagen aussehen wird. Wahrscheinlich wird er der ganze Schlang in seinem Feld drin kleben. Und ich hoffe, er wird mich nicht so sehr vermissen wie ich Ihnen. Wir fahren in den Harz und haben ihm dann nochmal Tschüss gesagt, ihn hat es aber nicht gestört. Er dachte, ich komme morgen wieder. Da hat er sich wohl getäuscht. Dann fährt Mama mich jetzt noch einmal zur Schule und dann fahren wir nach der Schule auch schon direkt in den Urlaub. Leider ist der Urlaub morgen auch schon wieder rum, aber ich freue mich schon richtig auf Juni und ich habe mir so ein kleines Schleichfeld mitgenommen als Ersatz für Juni. Und es ist richtig schön hier. Hoffentlich kommen wir nochmal wieder her, aber ich freue mich schon auf den kleinen Dreckspatt, der sich wahrscheinlich richtig schön dreckig gemacht hat. Wir werden jetzt noch die letzten paar Stunden genießen und vielleicht noch mal in eine Cocktailbar gehen und morgen vielleicht auch noch ein bisschen schwimmen. Es macht richtig viel Spaß hier. Also ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wiederkommen zum Mega Drauf. Ich freue mich, wenn wir zum Papa machen. Ich freue mich jetzt nicht so. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 So, hey, da. Er ist wenigstens sauberer geworden. Zwar nicht viel, aber er ist sauberer geworden. Dann melden wir uns, wenn wir auf dem Reitplatz sind, ne? Ja? Das war's. 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 Das ist mein Handy. Ich habe ihm jetzt gerade noch mal das Säckerchen reingetan. Boah. Ja, brav. Fein. Es wird hier keiner angeknabbert. Noch die Bitten. Noch die Bitten. Pony, komm ins Bild. Ach doch, du stehst im Bild. Hups. Da kann der Strick hin. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Dann werde ich mich jetzt noch mal Fliegen später drauf machen, weil es verdammt viele fliegen. Und danach schon abräumen. Hobby. Ich muss jetzt leider auch schon Schluss machen. Ich hoffe, dieses Video... Sorry. Er hat... Er hat mir das Handy aus der Hand geschockt. Ich muss jetzt leider mit dem Video auch schon aufhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020